Pommes mit oder ohne Marmelade? Also ihr könnt mich jetzt hassen, aber das ist richtig gut. Junge, wie geil! Das sind eure Fragen und meine Antworten. Warum ist Apple so teuer? Naja, ganz einfach, weil sie es können. Natürlich baut Apple an sich hochwertige Technik. Aber solange sie im Durchschnitt 8 iPhones pro Sekunde verkaufen, lassen sie sich das auch bezahlen. Was hältst du vom DMA-Gesetz? Wir sind an dem Punkt, wo Google dich fragen muss, ob du überhaupt Google nutzen willst. Wo der Apple-Browser nicht mehr der Standard-Browser auf dem iPhone sein muss. Ganz ehrlich, ich find's einfach nur krass. Ich mag dich. No, ich mag mich auch. Junge, wie abgehoben bitte. Das ist ja richtig unangenehm. Wann haben wir alle nur noch Brillen statt Handys? Beim ersten iPhone haben alle gesagt... Ja, sowas ist höchstens ein teures Spielzeug. Und 5, 6 Jahre später hatten alle so ein teures Spielzeug. Also warten wir erstmal noch so bis 2030. Was denkst du über KI und Fake News? Du kannst mittlerweile irgendeinen Satz eingeben. Und künstliche Intelligenz macht dir daraus ein komplettes Video. Ich glaube, wir müssen uns einfach daran gewöhnen, dass selbst echt aussehende Videos vielleicht nicht mehr echt sind.